Ich brauch nur noch 3700. Das krieg ich auch so zusammen. Krieg ich auch so mit Daily Clears zusammen. Ah, komm. Komm. Ich guck nicht auf die Zeiten. Ich guck einfach nicht auf die Zeiten, was bei den Schiffen steht. Ich hab nämlich jetzt die letzten zwei Constructs schon beide Male als erstes wieder eine Hyuga oder eine Ise gesehen. Finish all. Yes, ich hab nichts geguckt. Ich hab nichts gesehen. Yes. Endlich. Da ist sie. Hm. Dead Giggle. Endlich. Jetzt hab ich so beide. Was hat sie eigentlich? Increase this entire fleet's damage. Did you just damage taken? Boah, Alter, wie geil. Alter, die beiden zusammen sind ja ultra geil. Alleine ja mit dem hier auch noch. Yes. Lock that bitch in. Und noch eine Ise hinterher. Natürlich. Ah, ich brauch's ja wohl jetzt. Ich brauch's ja wohl jetzt. Jetzt ist... Ah, jetzt bin ich happy. Event ist abgeschlossen. Ich kann das Event jetzt... Abgesehen von D3, was ich noch beenden will, kann ich das Event jetzt ruhiger angehen. Und dann like, oh�а... Dann,